Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Blackbox Batterie dran, Feuer und Eis. Sie gibt es schon eine ganze Weile. Sie hat ein Remake bekommen, sprich eine neue Umverpackung, sage ich jetzt mal, ein neues Design. Wir haben trotzdem 25 Schuss mit Kaliber 25 mm und einer NEM von 329 Gramm. Ja, preislich bei der Batterie um die 30 Euro. Schauen wir uns draußen mal an, ob das die 30 Euro wert ist. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. So Freunde, wir zünden die letzten drei Batterien für Silvester bzw. werden jetzt schon neuer. Null-Uhr-Fahrwerk ist fertig. Schlagzeug zeige ich euch vielleicht irgendwann mal. Und jetzt hier im Test die Feuer und Eis von Blackbox. Ich habe Bock, Bock haben wir. Schöne Batterie. Schöne Batterie. Kann man immer noch empfehlen. Leider ein bisschen teuer geworden.